Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir haben eine Überraschung. Die Helia war vielleicht sich am Suchen. Sie hat es gefunden, das, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Ja. Ja, es ist wunderhübsch, es leuchtet sogar. Nein, alles klar, nee, verkackt. Ihr Lieben, ich habe es gefunden, in der Hoffnung, dass wir mal so ein Elite-Einhorn finden. Wir haben schon alles gekillt, den Spawnpunkt haben wir auch schon gefunden, wo die ganzen Einhörner spawnen. Aber aus einem Einhorn wurde leider nichts Elite-Einhorn, sondern es wird ein Anubis, wollte ich schon sagen. Hier, so eine Anstorne. Moment, das ist eine Wild Vichus 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 Vierna. Na, das Wild kannst du nicht messen. Schätze, oder so was. Genau, und das Wild kannst du weglassen, was davor steht. Ich wollte es aber auch mal vorlesen, weil es noch wild ist. Also wir müssen das noch zähmen. Die kam mir einfach stolz entgegengelaufen. Ich bin... Und ich habe so viele Einhörner getötet, mein Mädchen jetzt. Der Trick, die diese Viecher zu finden ist, sucht Elite-Einhörner. Ah, dann findet ihr das. So, die holen wir uns jetzt einfach mal. Eine ganz andere Superhygiene. Treffe ich den... Ne, ich glaube, das sind die kostbaren Pfeile. Ich habe den 61. Lass fallen. Aber nicht bei mir. Das war zu spät. Ich glaube, das sind Wegrenner. Glaub ich auch. Hol sie zurück! Sie rennt weg? Kommt die hier weg? Nö. Dürfte nicht möglich sein, außer sie springt über den Stein. Was sie hoffentlich nicht tut. Deswegen bleibe ich mal auf Anubis weitersitzen. Lassen wir sie mal rennen. Sieht echt verschärft aus. Rennen! Also holen wir uns das. Leider Level 20. Was besseres ist es leider nicht geworden. Ich dachte, was passiert denn denn da? Nimm mal. Nimm mal mit. Von der Jena habe ich schon gehört, aber... Noch nie eine gesehen. Ja. Ich habe mich auch gar nicht auf die Sonne gemacht. Ey, mein Flügelschlag hatte ich... Hat mein... Dein Flügelschlag, alles klar. Ja, dein Flügelschlag, toll. Ein Pfeil weniger. Alter. Au! Könnt ihr sie jetzt mal aufhören? Er hat ein wunderhübsches Gesicht. Au! Okay. Echt? Krass. Daneben. Ich glaube, die mag mich nicht. Glaub ich auch nicht. Mann, dieses Nachladen permanent. Oh, doch mal. Na, warte. Komm. Tricksen. Was? Nein! Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Es ist egal, wen du nimmst. Okay, du hast die Hähne genommen. Nein, die kommt hier wieder rein! Hol mich hier raus! Rette mich! Ja! Jetzt muss die Hähne wieder raus. Oder warte mal, ich bombardier die und dann holst du sie raus. Hä? Nein! Oder du machst es kaputt. Wenn du sie vollbombardiert hast, mache ich eine Lücke auf. Wenn ich mal treffen würde... Ich mach mal dicht, ey. Dann kann sie rausrennen. Nein. Oh, die Kosmatenweite. Willst du mich jetzt rollen hier? Aber ich hab doch getroffen? Nee, das war noch der letzte. Ah! Ja, so schön! So schön, so kann es die ganze Zeit bleiben. Ist das ne hübsche Hähne. Aber ich muss mir nur sagen, wann ich die Wand aufmachen soll. Ich weiß nicht, ob es jetzt genug drin wird? Soll ich machen? Ja. Ihr! Hier, genau. Genau. Zieht es ordentlich rein. Die hat doch jetzt alle... Die braucht viel mehr. War ein bisschen wenig, glaube ich. Ich glaube auch. Hätte bis mehr Schuss brauchen müssen. Gucken, ob die anderen Felder auch gehen. Ups. Der ging daneben. Ja, anderen Felder gehen auch. Darfst du da? Ist jetzt... Ach, ich dachte, sie würde ich schon wieder. Ja, dachte ich auch, aber irgendwie... Aber die ist am wegrennen, das heißt, die ist doch gleich. Müsste bald liegen, ja. Nein, natürlich nicht. Ei! Komm schon. Wo ist sie denn? Ah. Nein. Komm mit. Aua. Gehst du mit dem Hund Gassi? Hahaha. Na, wenn es so weitergeht, wird es dann schon knapp mit dem Leben. Au. Die tut dir an schon weh. Au. Ach. Die trifft doch permanent. Ich aber auch. Hier, bitteschön. Oh, ich glaube, du musst mich langsam retten hier. Löt ist nur, ich kann mit Anubis kaum sehen. Sag mal, wieso kriegst du denn die Hele nicht hierhin, mir zu folgen? So, jetzt hat sie abgelassen. Nein, hat sie nicht. Ich gehe hier nach oben hin. Den Weg schafft sie doch wohl nicht. Boah. Ich bin krass am Blinkern. Kann doch nicht sein. Das ist Level 20. Was soll das? Ach, schade. Ich dachte, ich blockiere sie. Ganz schlechte Idee. Nein, 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 nein. Hinterher. Ja, sch... Landen. Na toll. Jetzt ist sie durch, wa? Ja. Sehr schön. Vielleicht klappt das ja so. Die müsste er ja dann Anubis angreifen. Pulsierende Augen. Die sind so wunderschön. Komm, hier, auf die Nase. Nein, nicht die Nase. Na, dann geben wir mir... Wir geben ja mal alles. Das war ich. Dann rennst du wieder rein und ich, äh, flieg los. Okay, die sind erst mal drinnen. Dann renn. Oh, die randt durch. Warte doch. Musst du ja nicht, dass wir da hinten was ziehen. Oh. Alter, leck. Klappt schon? Ja, ja, wahr. Ja, toll, jetzt hängt sie da fest. Oh. Puh. Müsst du nur so langsam mal mehlig liegen. Eigentlich schon, Level 20, hallo. So, ich verhinder mal was. Oh. Oh, dunkel. Hm. Die jene, sag doch mal was. Man fliegst und hängt sich mal ins Koma. Die würde anscheinend nicht. Ich kann ja mal von der anderen Seite kommen, vielleicht... Huch. Vielleicht tauschen wir mal die Plätze und du bist gewillt, in die andere Richtung zu fliegen. Oder ich... Irgendwann ziehe vorher in der Sackgasse, wenn das lustig ist und mich angreift. Komm, wir gehen hier lang. Komm. Hallo. In der Ecke ziehen. Toll. Bist du jetzt unter mir? Cool. Ja, ganz toll. Echt? Hängst du echt? Ich trink mal was. Hallo? So ist das, die da so in der Ecke hockt. Oh ja, die hat sich ja einen guten Weg gesucht. Ey, die hat jetzt so viele Dinger drin, ja? Komm, ess mich. Greif mich an. Attackier mich. Die ist voller Pfeile. Dein Flügel. Ich weiß, so ist sie auch irgendwie. Aber irgendwie will sie mich... mich ätzeln. Licht. Oh, hattest du schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! 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 Sieh dir den Scheiß auf. Bist du gut? Gute Nacht. Oh, ey. Meine Güte. Ich kann hier nicht landen. Nein, das stört sie irgendwie nicht. So, runter wie die Kleinen. Und zwar... Jo. Sieh. Geigt! Nachdem sie unsere ganze Base erkundet hat, ähm, liegt sie. Oh, wackelt mit den Öhrchen. Ist ja knuffig. Liegt aber ein bisschen lustig da mit den Beinchen. Ey, rammelst du hier gerade rum? Wer rammelt denn hier rum? Ich? Ich hab meinen Anubis nur unten gepackt. Na dann, lass es dir schmecken. Vielleicht braucht er nur einmal essen. Und jetzt, was? Ich pack mal kurz in deinen Anubis hier die... Oh, diese Katze. Die werde ich irgendwann in den Keller stellen. Äh, ich pack mal bei dir in deinen Anubis. Oh, ich muss das reparieren. Hab's repariert. Das muss ich auch reparieren. Alter, was habt ihr hier wieder gemacht? Ist ja alles kaputt. Ist auch kaputt. Leute. Das ist auch kaputt. Das auch. Was? Nein, ist nicht wahr. Wow. Echt das? Einmal dieses geile Futter. Ist das ein Mäßchen? Einmal das geile Futter essen. Guck mal, da stecken noch die Pfeile drin. Ja, hübsch. Nur so einen breiten Schädel hat sie. Hier, ihr kriegt erstmal Gebratenes. Wir haben nur Gebratenes. Ist du Gebratenes? Nein, ist sie natürlich nicht. Ich hoffe, ich hab hier... Mann. Der Vogel von Kalypso. So, lass mal kurz gucken. Hab ich hier noch... Nein, hab ich nicht. Oh, da gab's Fleisch. Kann ich noch was machen hier? Das mal rein. Das auch. Das auch. Sieht die böse aus. Aber die Beend hier... Ob ich denn hier noch Rampen... Ach, da. Okay. Reicht! Ey, das Inventar von dem Vieh, das ist schon... Oh, ich sollte auch mal ein bisschen selber was auspacken. Oh, der nächste. Wer parkt nicht hier den... Das ist deins. Dein Nidhort. Echt? Gar nicht. Ja. Ich würde den niemals so hinstellen. Da steht auch Kalypse dran. Nein. Ich würde dich niemals so hinstellen. Niemals. Also doch. Nein. Alles klar. Nein. Wir wissen, wer es war, Leute. Ich nicht. Fängt mit K an. Könnt ihr alle raten, wer es war? Oh, oh, oh. Warte mal. Äh. Samtflüssig. Wie sieht die denn aus? Muss mal einen Sattel abmachen. Alter. Alter, bei mir blinkert's nur. Nein. Kommt nicht in Schrauben. Ich grinse. Ich bin fröhlich. Ich bin glücklich. So sieht das aus. Ich finde das viel happy. Happy? Ja, happy. Wieso deine... Achso, ja, weil du... Oh, Kalypse, du bist raus. Wieso das denn? Voll krass raus. Nein. Nein. Nee. Aha. Okay, und warum? Was sieht besser aus? Ich hatte da noch Zeugs übrig. Wow. Und deswegen verbrauchst du's jetzt. Na, ich hatte doch... Als ich da nach dem Elite-Einhorn gesucht habe und Eisgewüter, habe ich da auch ein paar Wölfe umgebracht. Und da hatte ich jetzt den Pelz. Das war das Einzige, was gefehlt hat. Es ist ein Wehrwolf. Esser. Sitz. Ach, hör doch auf. Ich bin Wehrwolf, Mann. Sitz. Kann er nicht mal jaulen oder so? Ich glaube nicht. Warte, kann ich dich leveln? Oh. Oh, Name geben. Nein. Name? Ähm. Ähm. Ich wollte es mal ausprobieren. Mein Gott. Ich bin ein Wehrwolf. Olga. Oh Gott, wir hatten irgendwann eine Olga. Ja, das, ähm, ähm, Langhorn. Irgendwie fühle ich mich belästigt. Alter, geh doch mal weg. Ich will auf das Ding. So. Wow, das Vieh kann nicht... Wow, wer hat's denn hier so vollgepackt? Na, wer wohl? Eser. Oh, keine Ahnung. Oder ich bin zu schwer für das Vieh. Ja, du bist zu schwer. Ja. Eindeutig schade. Oh, wie winzig. Tut mir leid. Ich bin so schwer. Das Vieh muss gelevelt werden. Los. Achso, wollten wir nicht noch anderes Zeug mitnehmen, was gelevelt werden muss? Ja. Ah, die können doch gar nicht leveln, oder? Ich meine... Weiß es nicht. Das sieht aus. Warte mal. Hier. Putt, 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 putt. Du musst dich mal aufsetzen. Kamera machen, seitlich gucken. Ich bin zu schwer. Achso. Ich bin voll das Schwergewicht. Rudolf. Das hat auch noch keinen Namen. Das Vieh. Alles klar. Na dann, ihr leuchtet Käfer. Ich kann ja mit einem Einhorn hinterher. Ja, klar. Oh, Teesaufen. Juhu. Benutzt du mal das Tor. Teesaufen macht's richtig. Hinterteil leuchtet von dem Vieh. pulsiert. Die Katze sieht... Garthalp lässt grüßen. Ups. Das läuft man aber ab. Also lass mir doch was übrig. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hilfe? Hilfe? Okay, keine Hilfe. Es reagiert keiner. Die Hygiene hat's gebucht. Ja, ich musste auch erst... Ich musste auch erst mal hin. Durch Teesaufen ist sie auch immer noch nicht da, ne? Oh. Oh. Was ist denn hier mit der Grafik los? Wie sehen die Katzen hier bei mir aus? Ich hab mich bei gewundert, als ich zu dir gekommen bin. Sieht das bei dir genauso aus? Ja. Witzig. Äh, erstmal hier... Krass ein auf Gewicht. Gott, die haben, äh... Weiche... Weiche Wirbelsäulen, die Katzen... Aber wie? Die sind von Weiden aus, auch hätten die keinen Preis. Ich dachte schon, das ist nur neue Art hier. Yeah, komm. Alter, ich muss... Entweder beschütze ich euch oder gar nicht. Noch ein Familienmitglied. Guck mal, ich hab's voll abgehängt. Teesaufen, bist du so langsam? Ich gehöre dazu. Du kannst auch springen, Teesaufen. Nein. Alter, ich bin hier voll die Oberhyäne, ja? Hallo? Warte mal. Ich kann mich auch nicht aufteilen. Sorry, Teesaufen. Wird sie einfach mitgeschleppt? Ja, du wartest ja nicht auf Teesaufen. Die steht da hinten, kommt sie nicht hinterher, weil du so schnell bist? Ganz einfach springen dabei. Immer nur springen, 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 springen. Immer nur springen und springen und springen und springen. Springst du jetzt so? Hintereinander weg. Immer springen. Nur springen. Springen, 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 springen. Los, Teesaufen. Wir üben das Springen. Komm. Hintereinander weg hier. Da, weg bin ich. Oder du springst halt so komisch mit dem Viech. Oh. Hier. Hier bin ich. Das ist ein Hase. War nicht schlecht. Sieht auch nicht mehr ganz gesund aus, das Viech, ne? Oh. Oh. 21 Minuten. Oh. Oh. Schande über dich. Guck mal, wir machen hier nochmal schön... Hinten ist ein Wind. Oh, jetzt hau mal ab hier mit dem Albino-Deer. Los, Rückzug. Rückwärtsgang. 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 Ich schmeiß dich runter. Ich schmeiß dich runter. Ach. Und dich erst recht. Leute, damit bände ich diese Folge. Ich glaube, ich bin eine Mane. Ich wollte... Das gibt Ärger von der Community. Die wollen die Hyäne ordentlich sich reinziehen, ey. Und du? Ihr beide. Ihr seid... Ah. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.